Die Motivation für das Fotoprojekt war, mit diesem Portress, die wir in der Aktionswoche Schützkonzept gemacht haben, die Schützenmatte einzunehmen, also diesen Platz zu besetzen mit den Fotos und damit auf eine andere Vision aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass die Schützenmatte anders genutzt werden kann, dass da ein anderes Wir entstehen kann und das sollen diese Portress auch ausdrücken, dass diese Menschen mit sehr verschiedenen Hintergründen alle gemeinsam diesen Platz nutzen können, dass sie das auf eine solidarische und auf eine demokratische Weise tun können. Die Aktionswoche Schützkonzept war auch so die Idee, dieses andere Leben auf der Schützenmatte einfach mal für eine Woche so umzusetzen. Und daraus ist das Ganze entstanden, weil wir alle in Bern an dieser Aktion beteiligt waren, hat sich dann das Café Cosmopolis mit Inside Out daran beteiligt und Inside Out selber, das ist ein Fotoprojekt von JR, einem französischen Fotokünstler, der es überall auf der Weltgruppe ermöglicht, mit Fotoportress auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Eine solidarische Schütz ist für uns wichtig, weil im Moment ist das ein Raum, der sehr negativ wahrgenommen wird. Das war lange Zeit einfach ein Parkplatz und die Zwischennutzung, die hat teilweise auch zu Spannungen geführt zwischen Leuten, die halt sehr viel Zeit auf diesem Platz verbringen und Leute, die kommerziell das nutzen wollten. Und diese Spannungen, die sind nicht nötig so, sondern es gäbe eine Möglichkeit, diesen Platz allen zur Verfügung zu stellen unter gewissen Bedingungen. Aber dafür braucht es auch den Solidaritätsgedanken mit halt all den Menschen, die schon so immer sehr stark an den Rand gedrängt werden und sie sollen jetzt nicht auch noch von der Schützenmatte verdrängt werden, sondern wir wollen keinen Ausschluss, wir wollen kein Racial Profiling auf diesem Platz und wir wollen, dass sich alle daran beteiligen können, wenn entschieden wird, wie dieser Platz genutzt werden soll und was aus ihm auch in der Zukunft gemacht werden soll.